Der Sonax Pflegeratgeber Sonax Lackreiniger ist eine kraftvolle Politur für stumpfe und stark verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke. Der Reiniger wird einfach mit dem Sonax Applikationsschwamm in kreisenden Bewegungen auf den Lack aufgetragen. Anschließend mit einem Sonax Mikrofasertuch nachwischen. Spezielle Schleifmittel reinigen die Lackoberfläche und entfernen feine Kratzer. Die vorher raue Oberfläche wird geglättet und gibt dem Lack so Glanz und die ursprüngliche Farbtiefe zurück. Schmutzrückstände und leichte Teerflecken werden beseitigt. Sonax Lackreiniger ist auch mit der Poliermaschine zu verarbeiten. Zur anschließenden Lackkonservierung ist eine Nachbehandlung mit Sonax Auto Hardwachs empfehlenswert. Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflegeratgeber